Willkommen zurück bei Siedler 1 Mission 20, der zweite Part von Mission 20. Wir sind wieder hier am Start und ich habe eine Neuigkeit. Gebäude besetzt, finde ich natürlich nett. Das sind natürlich gute Neuigkeiten, hier können wir uns ein bisschen noch gold sichern für später. Man weiß ja nie was kommt, ne. Ich fange auch schon an hier oben kräftig zu bauen. Also sprich, Gold abbauen. Jetzt werde ich hier am besten gleich mal für Nahrung sorgen. Und zwar werde ich... Was habe ich jetzt gebaut? Sowas doofes. Okay, nochmal. Hier werde ich am besten... Oder hier, guck mal, hier, hier, hier kann man auch was versuchen. Ich komme hier drüber. Nein, wir müssen hier die Grenze zumachen. Ich will nicht, dass die Arschlöcher irgendwie hier an mich rangehen oder sowas. Also wir müssen hier am Berg komplett absichern, ey. Mal ein bisschen zwei. Dann haben sie es schwieriger. So. Ja, das ist jetzt klar, dass ich jetzt hier so viel baue, ne. Das ist euch auch bewusst, warum. Hier werde ich auf jeden Fall jetzt, auf jeden Fall schon mal Korn, das Winde dann hier, ähm, wegpickelt. Und, dass dann hier Korn angepflanzt wird schon mal. Hier ist nämlich dann eine schöne Freifläche. Und ich werde hier noch abholzen. Ein bisschen. Hier zum Beispiel. So, da ist hier genug Platz. Korn hätten wir. Weil wir brauchen Essen. Es gibt auch kein Wasser, oder? Ne. Es gibt kein Wasser auf der ganzen beschissene Karte. Toll. Also, auf Fisch können wir uns in dem Fall nicht verlassen, außer es wächst irgendwo auf den Bäumen. Aber das bezweifle ich. Wobei bei Siedler ja alles möglich ist, ne. Ich habe hier schon vieles erlebt, glaubt mir. Viel Scheiße vor allen Dingen. Und wenn euch die Videos von Siedler gefallen, einmal einen Daumen hoch. Und vielleicht ein kleines Abo. Darüber wird sich Papa ganz schön freuen, ne. Dann verfolgt ihr mich und ihr werdet keine einzige Folge verpassen, weil ich werde täglich Siedler hochladen. Außer, ich liege im Krankenhaus oder fast im Sterben. Oder irgendwas passiert halt. Dann kann ich aber leider auch nichts dafür. Da muss man ein Verständnis haben für sowas, ne. Aber ansonsten, ich lade täglich hoch darauf. Könnt ihr euch verlassen? Könnt ihr die anderen fragen? Die sagen dann, ja, der Ruf Next, der ist sehr zuverlässig. Der lädt jeden Tag wieder so. Ja. Okay, hier ist unsere Goldmine. Unsere einzigste Hoffnung in diesem Leben. Dass die auch richtig ordentlich was bringt. So, das Gebäude hier wurde besetzt. Ich glaube nicht, dass es reicht, dass ich hier irgendwie rauskomme. Oder so. Scheiße, da hinten. Die kommen wahrscheinlich jetzt immer näher. Oh mein Gott. Sie haben Granit gefunden. Das ist jetzt noch kein Gold. So. Okay, wir müssen trotzdem nach unten uns ein bisschen noch absichern. Und da in die Richtung vielleicht noch. Wir müssen ziemlich viel noch bauen, damit wir hier sicher sind. Damit wir uns wehren können gegen diese Tyrannen. Guck mal, wir sind uns einkesseln hier, die Wichser. Aber zieht euch mal die Scheiße rein hier. Und großartig jetzt mit Burgenbau und Bräu auch nicht anfangen. Wenn wir nicht viel bringen. Du bist unsere einzigste Hoffnung hier. Mit Gefreiten drin. Wow. Ja. Die heilen bestimmt alle auf. Gebäude besetzt. Schön. Gefällt mir. War das Kohle? Das war Kohle, genau. Und das Eisending steht auch bald. Äh, das Gold meine ich. Da müssen wir natürlich auch gleich anfangen mit einschmelzen. Und wir haben hier keinen Platz, ne? Außer da. Gut, aber ich werde eine Direktanbindung... Äh, nein. Geht nicht. Ich wollte direkt anbinden. Aber das kann ich hier nicht wegreißen. Das brauche ich noch. Scheiße. Okay, wir gehen hier hin. Kommen wir hier irgendwie weg? Nö, kommen wir nicht. Super. Prima, finde ich das. Aber wir können vielleicht von hier aus... Ah, warte mal. Wir können... Ah, doch, doch, doch. Geht. Guck mal, wenn wir hier so rüber bauen. Einen Weg. Guck mal. Dann kommen wir zumindest mal annähernd dahin. So. Passt doch. So geht's. Und hier soll man natürlich auch noch... Dann werde ich hier mal einschmelzen Eisen. Und Waffen soll immer auch noch produzieren, ne? Wäre vielleicht nicht blöd. Wo machen wir das? Hier unten. Da ist der Transportweg aber ziemlich weit. Scheiße. Wir sollten vielleicht warten, bis hier mal ein bisschen was weggeholzt hat noch. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wir können trotzdem schon mal anfangen mit... Einschmelzen. Leute, ich hab' ne Befürchtung. Das wird ein ziemlich schwerer Part, die Mission 20. Oh. Also, einfach wird's hier garantiert nicht. Ich werde auf jeden Fall so viele Posten wie möglich besetzen hier. So, da gehen wir noch mal ein. So, hier auch noch. Perfekt. Gehen wir an der Grenze durch. Hält. So, die Wege gehen zwar jetzt ein bisschen außen rum, aber das ist ja wurscht. Verbinden in der Mitte kann ich sie dann später immer noch. So, und hier bauen wir ja auch was, ne? Ja. Okay, und da auch. Ja. So, dann können wir nämlich hier ein bisschen für Landwirtschaft sorgen. Oben bauen wir ja gerade, äh, Heu. Das können wir hier unten ein bisschen ausweiten. Dann können wir hier eine Mühle hinbauen. Äh, eine Bäckerei meine ich. Bäcker. Jetzt brauche ich mir noch irgendwie eine Schlachterei oder sowas. Die können wir hier her bauen. Ich glaube, arg viel weiter brauchen wir uns auch gar nicht ausweiten. Und natürlich noch eine Schweinefarm. Schweinezucht. Die da hier. Verbinden wir mal. So, haben wir alles? Genau. Eine Mühle haben wir auch, oder? Ne, ich glaube nur nicht. Ich muss kurz schauen. Ne, fehlt noch. Wir dürfen nicht hinbauen. Hier. Hier. Hier ist geschickt. Boah, die Wege wieder mal. So eine Kacke aber auch, äh. Die machen sie mir jetzt mal wieder schwer. Hier ist Mühle scheiße. Hier war Korn, ne? Ja. Hier war... Schweinevernichtungsanlage. Hier war ein Wachhäuschenposten. Gut, dann muss ich es hierher machen. Passt ja auch zur Bäckerei, oder? Komme ich hier mit dem Weg weg? Ja. So, dann können wir eigentlich auch hier sagen. Wir gehen einmal so rüber. Passt. Ein direkter Weg, ne? War hier... Was habe ich das Gebäude auf ein normales? Das hier. Auf ein normales. Scheiße, ich bräuchte unbedingt noch... Ein Gros... Ja, gut. Hier. Hier ist die Schme... Ja, passt. Glück gehabt. Waffenschmiede. So. Dann kommt hier auf jeden Fall alles richtig an, so wie es sich gehört. Komme ich hier noch einen Weg weg? Ne, aber wir können... Rein theoretisch hier rüber noch gehen. So, na. Kommen die Waffen schneller ins Lager? Achso. Was mache ich denn? Ich kann hier direkt hinbauen. So, jetzt gibt es einen Kreislauf. So ist es richtig. Ah, jetzt hat mein Handgelenk geknackst. Habt ihr das gerade gehört? Alter Schwede. Ich hab's nur mal ein bisschen gedreht. Boah. Das hat sogar wehgetan. So was. So, Gold. Gebäude besetzt. Jawohl. Komme ich da weg? Nein, komme ich nicht. Scheiße. Aber ich möchte gerne wissen, was es hier noch gibt. So, sobald hier alles steht, jetzt muss ich ein bisschen langsam machen mit dem Bauen, weil die kommen jetzt hier auch immer näher, sonst komme ich nicht mehr weiter weg hier. Weil eine Front bauen wäre mir eigentlich noch am liebsten. Oh, der kommt mir langsam nah. Ach du Scheiße. Habe ich noch Waffen? Gehen wir langsam aus. Jetzt wird es aber Zeit, dass die Produktion ins Laufen kommt. Okay, hier kommt schon mal... Ah, hier kommt schon ein bisschen was. Deswegen muss ich jetzt mit dem Bauen warten. Das darf ich nicht mehr so viel übertreiben. Haben wir noch genügend... Ich muss kurz so gucken, Moment. Wie sieht's aus vom Material her? Hammer fällt... Ah, uns fehlen Hammer. Ah, die haben uns... Alter, die haben uns so wenig gegeben. Okay, wir brauchen eine Werkstatt. Aber ganz schnell. Himmelarsch. Und Wolkenbruch. So, der Arsch muss uns jetzt erstmal hier versorgen. Können wir hier noch einen Weg anbinden? Jawohl. Sehr gut. Ähm. Wir brauchen erstmal... Moment, 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 Moment. Hammer. Ich muss kurz gucken, was brauchen wir? Also wir brauchen einen Hammer. Axt brauchen wir jetzt gerade keine. Aber Hammer brauchen wir unbedingt. Ohne Hammer geht nichts. Das werden wir auch gleich mal machen. So. Ja, höchste Priorität, mein Freund. So. Material. Bekommt er. Okay. Sehr gut. Was ist los? Es gibt das Gebäude besetzt. Sehr gut. Hier gibt's noch ein bisschen Kohle. Noch mehr Kohle. Noch mehr Kohle. Ja, jetzt sagen wir mal gut hier. Gebäude besetzt. Kommen wir raus? Nein! Aber wir grenzen an. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Die werden hier mal näher kommen. Wie sieht's aus? Was haben sie? Bis jetzt haben sie noch nicht... Hier? Geh, aber Soldaten. Oh Mann. Eisen. Das ist auch gut. Suche noch ein bisschen weiter. Scheiße. Geht nicht. Ja, wie gesagt, jetzt muss ich erst mal warten hier. Ich kann jetzt gar nicht weiterbauen. Geht nicht. Shit. Zu viele Baustellen. Der produziert. Jawohl. Das gefällt mir. Der war dann noch auf dem Brett. Wenn mal Gold und Waffen produziert werden, dann ist alles nicht mehr so ganz so schlimm. Ah, wir bekommen eine Wegverbindung. Jawohl. Auch nicht schlecht. Dann bekommen wir das Gold jetzt direkt darunter dann. Ah, sehr schön. Das freut mich. Das sehe ich gern hier. Eisen. Wir machen ja sowieso nachher noch eine zweite Eisen. Also so eine zweite Produktion. Jetzt müssen wir Waffen. Ganz wichtig. Hier kommen sie nicht ran. So, nochmal Eisen hier. Jetzt kann ich eigentlich nur warten. So. Okay. So lange ich warte. Ihr werdet natürlich dabei sein. Aber nicht in diesem Part. Sondern wir sehen uns dann gleich im nächsten Part. Weil mehr kann ich jetzt gerade nicht machen. Bis dahin. Einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao.